Betreiben Sie ein Themenpark, Vergnügungspark oder andere Außenbereiche, die Sie im Winter für Besucher schließen müssen? Denken Sie darüber nach, wie Sie diese das ganze Jahr über geöffnet halten können? Wir haben eine Lösung für Sie. Wir entwerfen und installieren einen einzigartigen Lichtpark, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Das Filmmaterial, das Sie gerade ansehen, zeigt eine Beleuchtung, die von Dekolet erstellt wurde. Wir nannten den Lichtpark im Zentrum der Hauptstadt Prag Lichter erzählen. Unser Park am Ufer der Moldau wurde in diesem Winter von mehr als 100.000 zahlenden Besuchern besucht. Alle Lichtskulpturen und zweidimensionale Dekorationen wurden von Dekolet, das heute in 13 europäischen Ländern tätig ist und eine eigene Produktion in der tschechischen Republik hat, entworfen, hergestellt und installiert. Die Zusammenarbeit mit dem Familienunternehmen Dekolet kann im Winter, wenn Freizeitparks in der Regel geschlossen sind, zehntausende zahlende Besucher anziehen. Die Ausstellung, die wir für Sie produzieren, kann gekauft oder gemietet werden. Ist dieses Angebot interessant für Sie? Kontaktieren Sie uns und wir kümmern uns um alles. Dekolet – Die Lichter erzählen Dekolet – Die Lichter zich Dekolet – Die Lichter